Hey, grüß dich, wie geht's? Guck mal hier, die schöne Frau. Ja, genau du, wir begrüßen dich. B.S.R. Milita TV, wie geht's dir? Was seid ihr? Wir sind B.S.R. Milita TV, heute live bei Chatroulette zu Gast. Ja, und du bist die? Wie heißt du denn? Wie heißt du denn? Nega. Ja, schau doch, wenn du bin, du bist. Ah, Russin, wir grüßen dich auch, wir grüßen Russland. Mach mal eine, bitte. Hallo. Wie heißt du denn? Was? Ah, das ist die Lisa, die Lisa, äh, schreibt uns gerade. Hallo Lisa, wir begrüßen dich, wir sind Kieswort und BLD. Ah, hier, wie heißt denn deine Freundin? Ja, Kieswort und BLD, wir grüßen dich herzlich bei B.S.R. Milita TV. Ich glaube, die hören uns nicht, oder? Du schreibst immer so eine Duhobe. Hallo. Nein, wir schreiben auch nicht, ihr müsst uns hören. Ja, ich soll euch schreiben. Ach? Hört ihr mich nicht? Doch. Ja, ja, wunderbar. Ihr seid bei B.S.R. Milita TV zu Gast, nur gerade so. Ihr werdet live übertragen auf unserer Homepage. Ihr dürft euch gerne nackig machen. B.S.R. Milita TV grüßt euch. Woher kommt ihr denn? Ja, klar. Nürnberg. Nürnberg, sehr gut. Wir kommen aus Göttingen. Travi. In Stuttgart. Niedersachsen, meine Mädels. Ja? Ich hab's auch so einfach für mich. So, ihr könnt jetzt in der Leitung bleiben und euch nackig machen. Ja? Oder wir drücken jetzt weiter. Also, wer jetzt nicht auszieht, dann bleiben wir weiter. Ja, super. Zieh sie mal ein bisschen aus. Ja, super. Toll. Weiter. Wir wollen die Nippels auch kurz sehen. Peter. B.S.R. Milita TV. Ja, unsere User wollen das sehen, Mädels. Deine Mutter. Ah, ja, echte Butter hab ich im Kühlschrank. Ach, cool. Na ja, klar. Echte Butter hab ich im Kühlschrank. Zeig doch mal die Titten kurz, Mädels. Ja? B.S.R. Milita TV live über Chatroulette, meine Damen und Herren. Wir haben hier die Lisa und, äh, und die macht sich nackig. Die Sau. Wunderbar, die macht sich gleich nackig, meine Damen und Herren. Schreibt sie gerade. Finden wir sehr toll. Die Lisa macht sich jetzt gleich nackig. Nach einem kurzen Werbevlog sehen sie mehr. Jetzt Werbung. Chatroulette, ja, KSW ORD ist hier für euch live am Start. Wir sind hier immer noch unterwegs mit der Lisa. Ja, die Lisa kommt aus Nürnberg und ist Prostituierte. So. Hallo Lisa, wie geht's dir denn? Lisa telefoniert gerade mit einem neuen Freier, ja? Und, äh, Lisa ist gerade sehr angepisst, weil ihr Freier nicht kommt, meine Damen und Herren. Jetzt wird die Lisa gleich wegschalten. Die Lisa ist sehr, sehr angepisst. Ihre Freundin, die Mona, hat gerade die Titten gezeigt. Ja, das ist halt scheiße wegen Lena. Ja, na, wegen der Lena ist das natürlich extrem scheiße. Wir halten natürlich weiter drauf, meine Damen und Herren. Hier ist die Handykamera. Sie sehen im dritten Teil KSW ORD live bei Chatroulette, ne? Die, wie die Lisa auch noch ihre Titten später zeigt. Die Lisa, wie gesagt, seit drei Jahren Prostituierte, meine Damen und Herren. Ja, und die Lisa ist auch Sozialhilfeempfängerin. Ja, das hat sie uns noch nicht gesagt. Aber sie kommt, ähm, sie wird demnächst auch bei Familien im Brennpunkt mitspielen. Hier ist wieder Biel, die für sie. Er wird auch noch mal ein paar Sachen sagen. Ja, also wir befinden uns jetzt in einer Chatschleife mit drei richtig fetten, hässlichen Fotzen, die uns wohl gerade leise gestellt haben. Ist ja auch egal, kein Problem. immer, aber Lisa, du bist eine fette, hässliche Schlampe. Ja, du, genau du. Genau du, ja. Ja, ihr seht schon, ja, Lisa ist auf jeden Fall offen für alles, ja. Und redet gerade mit ihrem ägyptischen Ehemann. Ja, so ist es. Ja, also, ähm, wir wissen ja, ne, es ist halt so, ne, ähm, wir müssen mal kurz gucken, was passiert. Ja. Ihr seht, sie hat das neueste Handy überhaupt, 3210 von Nokia. Ja, genau, Lisa, du dreckiges, fettes Mischstück. Ja, genau. Ja, Lisa, du fette Sau. Oh, sie sehen immer noch, äh, Kiesford und Beardy bei Chatroulette. Ja, der neuen, äh, BSR Multimedia Interaktiv, äh, Webcam Serie, ja, die sie, ähm, jetzt immer verfolgen können auf YouTube, meine Damen und Herren. Sie sind ihren Stars ganz nah, was, äh, was wir in der Freizeit tun und, ähm, wir werden auf jeden Fall weiterhin für sie auch anonyme Personen beleidigen, die sich hier auf den Preis geben, sie haben jetzt schon Pitten aus aller Welt gesehen, aber jetzt sehen sie gerade Lisa, Prostituierte aus Nürnberg. Ja, und die Lisa findet das ganz toll, mit ihren Freiern zu telefonieren, ja, und, äh, Kiesford und Beardy feiern Lisa, weil das die erste Prostituierte ist, die es auch voll ihm zugegeben hat. Sie sehen an dieser Stelle nochmal ein kleines Remake, ja, da hat sie es kurz geschrieben, nur mal ganz kurz, muss nicht jeder lesen. Jetzt haben wir wieder Lisas volle Aufmerksamkeit, hoffen wir mal. Sie hat gerade aufgelegt. Hallo Lisa, da bist du ja wieder, Schatzi. Sehr gut, äh, BSR Multimedia TV, für dich wieder. Sie ist wieder voll da. Erzähl mal den ganzen Usern was. Wir sind keine Kanacken. Hast du mal gehört? Wir sind, äh, deutsches Urgestein, Fräulein. Alter, weißt du, was? Ich frage mal, ob sie Kanacken sind. Seien die Kanacken, oder was? Nein! Deutsch! Ist ja eigentlich, dass es total ekelhaft ist, wenn Frauen immer Alter sagen. Moment mal. Ja, das ist mir doch scheißegal, was du denkst, Anna. Wir meinen Kanacken, ey. Ja, sehr gut. Äh, bitte beleidig uns noch mehr, Lisa, Lisa, bitte beleidig uns noch mehr. Sehr gut. Weiter, weiter, mehr. Beleidig uns bitte mehr, für die ganzen User. Mehr, mehr Beleidigung. Seid ihr Deutsche? Ja. Seid ihr Deutsche? Ja. Ja, ihr seid scheiß arme Kanacken, Hermos. Sehr gut. Lisa ist richtig geil. Ja, sehr gut, Alter. Bist du cool mit deinem? Volle Brille, Alter. Lisa ist richtig geil. Das ist wieder BCR Mini ZTV hier heute live mit BLD, meine Damen und Herren. Und die Lisa, ex-prostituierte, immer noch Prostituierte aus Nürnberg, feiert sich hier voll. Ja? Ich filme euch jetzt auch. Kannst du machen? Ja. Mal gut, dass das dein Haustelefon ist, du fette Schlampe. Nein. Oh, bist du schlau, Kind, Alter. Behindert, Mann. Sehr gut, Lisa. Sehr gut. Lisa ist übrigens, meine Damen und Herren, nochmal, dass ich sage, ex-prostituierte aus Nürnberg. Ja? Heute bei BSR Militär TV live zugeschaltet. Ich hab mal nicht in zwei Gäste gegen den Gegensatz zu den Hochdosen. Ja, voll geil. Guck mal. Die User-Zahlen gehen hoch. 1.192 Leute schauen BSR Militär TV. Dank, Lisa. Ja, das ist echt geil, dass unsere Home-Seite so hoch geht. Hey, Alter. Hey, hör mir mal zu, du Kamm-Macken-Bumse, Alter. Du bist geil. Wir sind hier live zugeschaltet aus der schönen Göttinger Südstadt, meine Damen und Herren. Natürlich nicht. Ja, und die Lisa erzählt jetzt mal von ihren ersten drei Freiern, die sie hatte. Hau mal rein, Lisa. Ja, war schon ganz lustig und so. Mein Arsch war voll Wut, hat geblutet. Ich weiß nichts mehr davon, weil ich es noch nie hatte. Also halt die Fresse. Geil, Alter. Ja, da kommt die nächste. Voll geil. Ja, ihr kommt ja aus dem Modell Freistadt. Ja, voll geil. Zeigt doch mal die Titel, Mädels. Ja, sehr gut. So, wir haben wieder sieben Minuten gleich voll. Dann machen wir wieder Break. Und dann haben wir den dritten Teil. Wir werden vier Teile hochladen. Ja, sehr gut. Besorgt es euch mal. Sehr gut, Mädels. Sehr gut. Ja, den nächsten Teil machen wir FSK 18, meine Damen und Herren. Lisa, wie heißt denn deine Freundin? Lisa hatte keinen Bock mehr, hat so weitergeschaltet. Wir sind mit Hans-Joachim verbunden. Aber geil. Ja, banget. Ja, ich bin mit , wünschen Pattum. Das ist meine Freundin. Ich bin mit下來. Ich 140-uhr. Überrasch League- fertile gemacht ... Wie ...